oh mini boss time und in diesem sinne wirklich mini denn wir kämpfen hier gegen den mini taurus kein minotaurus sondern ein mini taurus aha binatake schmeckt ihm gar nicht dann haben wir ihn damit zu und sieht lässt man sich der wunderherr bauer war es dann locken wollte ich sagen hallo nichts genau ja das wohl war da war die rede noch in ordnung war freut mich dass du hier zuschaust ja ich hoffe dir gefällt was du siehst mein name ist holger und der mini taurus besiegt mini taurus das war ja einfach aber die musik verändern ja freut mich sehr auf meinem youtube kanal läuft auch das dazugehörige let's play jetzt schon heute mit folge fünf oder vier donnerstag freitag folge fünf müsste gerade eben erschienen sein holgers gaming blog link versteckt sich hier unten in den panelen den stream wollte ich eigentlich um fünf beenden und jetzt überlege ich gerade wie viel ich noch mache weil es gerade so schlusslich ist ich habe leider noch keinen richtigen stream zeitplan beziehungsweise noch ist auch ein bisschen euphemismus weil ich durch meine arbeit aber ich arbeite halt teilzeit und als nachtwache und immer unterschiedlich ja die ratten sind schrecklich deswegen auch würde ich am besten empfehlen entweder hier zu folgen oder auf twitter da kündige ich dann eigentlich mal die streams an so einen tag bis zwölf stunden vorher heute war auch bis später ich glaube heute habe ich das um elf geschrieben weil ich um zwei streame aber ja warte mal sind wir jetzt wieder im ersten raum jetzt bin ich kurz weniger werbung mehr konzentration aufs spiel oder ist er einfach nur gleich aufgebaut kein problem immer gerne jetzt bin ich wirklich verwirrt ja das war ja naja war ich halt richtig bock das ist ja nicht ah ich bin im ersten raum geil da habe ich mir die kritik ja schon zu ohren genommen aber wenn ich das jetzt nicht schaffe dann nehme ich fluchte mir ist gerade zu doof ach Gott ich bin so blöd den haben wir ja nicht mitgenommen keine nummer das sind leicht wenige waffen dp die nehmen wir noch mit äh 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 also da dann hier ne Gott wie blöd bin ich gerade äh 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 das ist wieder der gleiche raum ne ja 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 geil sehr gut Herr von Gehlen sehr sehr gut ähm das klingt gut von der Musik 1, 2, 3 Gesichter ach das ist so ein Ding Moment mal wo geht denn hier hin tja hier ist nicht was los äh m ist der frosst m äh Hör auf, hör auf, ich wird rot. Und ich habe aber wieder genug Nektar, wie immer. Ja, nichts können, da hast du allerdings recht. Das frage ich mich auch, ich bin echt froh, dass ich den Spieleberater hatte. So, was ist denn jetzt hier mit den... Muss ich hier jetzt nochmal, wenn ich rausgehe, wieder reingehe, sind die dann wieder aktiv? Tue ich mein Mikrofon. Ehrlich gesagt, gar nicht so viel. Ich habe eigentlich nur von NVIDIA gerade... Tja, Sarah. Ne, ich habe eigentlich nur von NVIDIA hier den... Von NVIDIA Brautcast im Filter drüber laufen. Ja, das klappt doch ganz gut, möchte ich meinen. Ne, ich gebe das nicht. Und ich hab auch die... Tja, ich habe noch nicht... Das ist jetzt die... ет, ich habe noch ausgeheuern. Oh, Quatsch. so viele möglichkeiten haben wir jetzt nicht mehr da müsste es Mitte, Rechts, Links gewesen sein glaube ich nee Links, Mitte, Rechts Ah ja, Gudi, dann so rum So, jetzt, wie wollt ihr denn hier nochmal Stimmt, genau Hier sehen wir schon ein auffälliges Licht an der Wand Und, oh, diese Geheimgänge, ne Aha, ein Tropfen Honig, sehr geil Die nehmen wir doch gerne mit Aber immer noch nicht der Bruder von Dings Nee, ich habe inzwischen hier Letztes Jahr zum Gewurzeln bestellt, dann irgendwann Wann ist die angekommen? Im Dezember Meine Kayo, äh, Razer Kayo Nee, heißt die überhaupt so? Razer Q Auch mit Ringleuchte Wobei ich nicht weiß Wer in der Welt die dringend nicht benutzen soll, denn es ist viel zu hell Ja, mein Ring muss ich irgendwann auch mal hier rein posten, wie das, äh Professionell Streamer so machen, ne Ich habe ja sogar meine RTX 3080 inzwischen Hat auch noch eine Besage dort Dankeschön, Lord Satan, sehe ich ebenso Und willkommen Autsch Das war so nicht geplant So, wenn wir jetzt hier auf Säckli haben Ich glaube, ich muss wirklich mal wieder abends, äh, eher abends streamen Freut mich richtig, dass gerade so viele Leute hier reinkommen Tja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht Hol dir jetzt eine 360, die ist noch so günstig Ähm Naja Ne, also, äh, danke fürs Zusehen hier Leider Gottes Wird der Stream heute nicht mehr so lange gehen Und wann der nächste kommen wird, weiß ich leider auch noch nicht Aber es wird auf jeden Fall dann mit dem nächsten Stream weitergehen Deswegen, äh, folgt mir doch einfach Hier auf Twitch oder auf Twitter Oder bei beiden Auf dem YouTube-Kanal kommt Vielen Dank, Lord Satan, für den Vorlauf Äh, auf dem YouTube-Kanal Kommt, äh, auch das Let's Play Hierzu gerade Ähm Das hängt aber ein bisschen hinterher Also das Ich hab noch nicht alle Folgen geabt Die, die ich geabt habe Die sind bis Anfang Antika Und Da sind die Folgen eingeplant Bis zum 13. glaube ich Manche hat 17 Folgen Ähm Ja, werden aber dann auch einfach zeitnah Auch da erscheinen Warum, verdammt, Dake, muss der Hund wieder ran Ähm Ansonsten müsste man hier auch noch die früheren Streams auch noch nachgucken können Wer das sich antun möchte Ich denke, ich werde jetzt hier noch den Cholestius-Tempel abschließen Und danach dann Feierabend machen So Was muss ich jetzt gerade machen, damit sich das Ding hier öffnet Ich fahre lauter Gelaber und so Ja gut, siehst du, bis zum Monitor-Technik bis zu mir voraus, ey Ähm Hä So, jetzt ist das Gitter Ah Ich vergesse, das Gitter zu triggern, oder was Dieses Spiel, ne Ich liebe es auch wirklich sehr Ja, aber es hat manchmal doch echt seine eigenen Arten gehabt, ey Entschuldigung Hm So So Röntchen Aaaaaaah Uff Was Nein Ach Gott, wie dumm Ich habe zu früh auf den Jungen gewechselt Wie überaus unpraktisch Ich habe zu früh auf den Jungen gewechselt Ich habe zu früh auf den Jungen gewechselt Rrrr So Jetzt der sauer blog bio schleim und sauer blog die ratten machen mich für dich wie kann man nur so ein movement bauen wie kann ich da wie kann er mich da abbrechen allzu bald müsst ihr aber eigentlich auch mal ok doch noch 30 mal kurz hier alle wände checken nicht ob wir hier irgendwas übersehen da unten sind die gitter das sieht danach aus wenn ich darauf trete dass dann das gutter wieder hoch fährt deswegen gehen wir doch erstmal hier oben durch und fallen wieder in ein loch hier